Segel zu am Wind. Hoch am Wind. So, und jetzt machen wir eine Wende. Jetzt ne schön dahin wollen wir fahren. Dahin ne Wende. So, mach mal. Und wieder hoch am Wind, hoch am Wind, höher fahren, höher fahren, Pinne von dir wegdrücken. Ja. Und segel dichter. Gut hast du das gemacht. Sehr schön. Sieht so gut aus bei dir. Guck mal hier, fährst du richtig hoch am Wind. Ist doch schön, oder nicht? 0 Grad. 360 Grad. Kann sein, ob es regelt wird. Ja, kann sein. Bei uns ja nicht. Ja. Die haben WSC-Singer, die das. Die machen das. Ja, aber den WSC haben wir mit den Trainern, das ist ja alles noch. Ich bin da so weit weg, dass jetzt gar nicht vorhängt. Aber ich hab immer gesagt. Was los? Wo? Eine Fischertonne. Eine Fischertonne. Wir sind da noch. Wir sind da unten. Auch das. Könnt ihr da? Lass von hier so rein gehen. Und dann x-Jubel. Wollt noch mal. Was glaubst du denn? Die sind jetzt freien. Ja, die hab ich schon nach oben bringen lassen. Achso. Und das war's. Richtig. Da bleibt irgendwie mehr viel übrig. Ja, ist doch klar. Sind da noch viele in der Umkleide? Guck dir mal. Achso. Ahja. Dann warten wir noch ein bisschen. So, dann fangen wir an mit Philipp Störle. Werner ist die Nächste. Dankeschön. Und Moritz Vogtländer. Moritz Vogtländer? Ja. Ja. Bei dir. Ja. Na, ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.